Wie funktionieren die verschlossenen, mysteriösen und geheimen Türen in Hogwarts Legacy? Ganz einfach, wenn man weiß wie. An jeder dieser Türen findet ihr zwei Dreiecke. In der Mitte steht eine Zahl und das ist eben die Summe aller drei Zahlen außen herum. Beziehungsweise außen rum stehen nicht nur Zahlen, sondern auch Symbole. Diese Symbole entsprechen jedoch Zahlen von 0 bis 9. Und welches Symbol, welche Zahl ist, das seht ihr an dem Türrahmen außen rum. Ihr seht ja hier mein Beispiel. Ihr fangt einfach unten links bei 0 an und zählt einfach einmal durch. Dann könnt ihr den entsprechenden Symbol, den entsprechenden Zahlenwert zuordnen und dann ganz einfach ausrechnen, welche Symbole oder welche Zahlen noch fehlen. Auf diese Art und Weise schafft ihr es, jede dieser geheimnisvollen Türen zu öffnen. Immer First Try und habt damit eben die Möglichkeit, an besondere Beute heranzukommen. Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist...